Eine Explosion ist schlecht für die Zeit. Wenn die Zeit ein Ei ist, dann ist dieses Ei jetzt zerbrochen. Das Zeitei ist im Arsch. Was? Wieso geht es denn jetzt um Eier? In der Zeit ist ein Riss. Sie bricht auseinander. Und das führt zum Ende der Zeit und die Tür... Was? Verschlossen. Ich habe keine Zugriffsrechte mehr. Das hat nichts gebracht. Geh zur Seite. Ich krieg sie schon auf. Will, da sind noch mehr. Versteck dich. Haltet die Augen auf. Könnte sein, dass sie hier entlang sind. Sie kommen. Hier rein. Ich habe Paul gewarnt, dass die Berechnungen falsch sind. Ich habe versucht, dich dazu zu bringen, mir zuzuhören. Indem du mir eine Waffe vor die Nase hältst? Ja, eine Waffe. Das anerkannte Symbol für Hals, Maul und hör mir zu. Wie immer ganz logisch. Du... Nein, was denn? Ich weiß nicht. Hier ist alles in Ordnung. Sicher, dass er nicht wieder rauf ins Labor ist? Vielleicht ist er zurück und hat versucht mit dem... Das ergibt alles keinen Sinn. Wie? Warum bist du überhaupt hier? Das ist der Moment, deine größte Sorge? Paul bat mich, dein Chaos in Ordnung zu bringen. Mein Chaos? Verstehst du überhaupt? Ich sehe da hinten überhaupt nichts. Vielleicht muss ich da hinterkriechen. Scheiß! Ist das... Reiter Team, Sichtkontakt. Ziel verlässt den Service-Lift. Du hast ihn gehört. Los. Du kennst die Zusammenhänge überhaupt nicht, Jack. Du warst nicht hier. In sechs Jahren ist viel passiert. Hier geht es um mehr als uns. Nimm's nicht persönlich. Sie versuchen uns zu töten, Will. Das ist schon sehr persönlich. Glaub mir. Das letzte, was ich wollte, war, dich mit reinzuziehen. Es... Es tut mir leid. Ah. Der Riss in der Zeit wird immer größer. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Wie? Als erstes müssen wir zu meinem Wagen. Mach du das mit der Tür. Will, runter! Oh Gott! Sie ist bewaffnet. Eröffne Feuer! Wir sitzen fest! Ich bin auch schon bemerkt. Himmel! Los, los, los! Jack, bist du... Los, los, los! Will, bleib unten! Los, 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 los! Die Waffe ist bei Joyce! Dann hört auf, auf uns zu schießen! Verflucht! Will, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber Jack, das war... Ich weiß. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich hab schon mal ne Knarre benutzt. Ich war schon in brenzligen Situationen, aber ich wurde noch nie von professionellen Gangstern gejagt. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da ist... Warte. Er kommt runter. Versteck dich! Nicht schon wieder. Los. Die Zeit spielt wieder verrückt. Ach was. Wir müssen los. Hast du das gehört? Sie kennen unsere Namen. Sie wussten, dass wir hier sein würden. Sie sind hinter der Zeitmaschine hier. Der Lift. Er ist der einzige Weg hier raus. Wir können nicht zu deinem Wagen. Mona könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Ich... Ich muss... Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also. Erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut. Vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Will? Oh, scheiße. Schon wieder eingefroren. Irgendwie konnte ich mich darauf konzentrieren und Will aus seiner Starre lösen. Auch wenn die Welt noch eingefroren war. Ano... Anomalie! Sie hatte recht. Mit dem Riss. Mit allem. Wo steht dein Wagen? Hier entlang. Dieses Mädchen habe ich gefasst. Was machst du? Er hat sich hier in Unterwitz. Sie soll sich bewegen. Sie bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit den Kronon-Partikeln zu tun. Schau sie dir an. Das ist eine verdammte Invasion. Was machen sie? Und warum? Sie schnappen sich alle. Alle Zeugen, die von ihren Unternehmungen wissen. Wir können durch den Hörsaal zum Parkplatz gelangen. Du sagtest, du wärst aber vorbereitet. Woher wusstest du, dass es passieren würde? Beth Wilder. Es ist kompliziert. Ich erkläre es im Auto. Tomali ist kollabiert. Für den Moment. Oh nein, nein. Mein Wagen. Sie bewachen den Parkplatz. Oh Gott, das ist... Das ist... Okay, okay. Will, beruhige dich, okay? Ich kümmere mich darum. Ich... Ich werde mich durchkämpfen. Ich hole das Auto her. Bist du sicher, dass du das schaffst? Nein. Bist du sicher, dass du die Zeit retten kannst? Nein. Dann sind wir wohl quitt. Hier, die Schlüssel. Hey Jack, sei vorsichtig. Ja, okay. Werde ich. Was zur Hölle? Meine Kräfte wurden stärker. Ich konnte jetzt Dinge fühlen. Warnungen. Und auch Echos aus der Fak- Ungesichtet! Ich sollte verdammt nochmal in Thailand sein. Feuer aufziehen, eröffnen! Aufwärmen! Umkreisen! Sie haben ein paar Plätze zur Auswahl und du musstest den hier nehmen. Okay, wo ist dein Auto, Will? Ich konnte ein Echo aus der Vergangenheit sehen. Wie Will in die Universität gekommen ist. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Das... Ich sehe die Vergangenheit. Scheiße! Etwas hatte sich verändert. Ich konnte die Hand ausstrecken und die Zeit in einem bestimmten Bereich anhalten. Bleib von mir! Du weißt nicht, was du tust! Will! Fuck! Sie kommen von da, wo ich Will zurückgelassen habe. Ich muss zu ihm. Wenn ihr ihm was angetan habt! Feind mit... Ich muss das kontrollieren. Hinterkopf! Hochdruck! Wie viele von diesen Arschlöchern gibt's hier? Ziel flankieren! Planänderung! Scheiß auf das, Otto! Ich muss zu Will. Er ist in Gefahr. Du bist Jack Joyce. Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Sie bringen ihn in die Bibliothek. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum helfst du mir? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Das war das erste Mal, dass Sie Beth Wilder sahen? Ja. Aber sicher nicht das erste Mal, dass sie mich sah. Will. Will! Will! Keine Zeit zu vergeuden. Ich muss zu Will. Fuck! Scheiße, 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 Scheiße. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Und wer ist denn? Du hast es so gewollt. Was zum Teufel ist da drin? Los! Wir gehen rein! Los, los, los! Ich muss zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder Ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Auf dem ganzen Verlangen. Was? Lass die nicht entwischen. Wir schicken ein Ritterteam an und los. Setz! Wir müssen ihn umgehen. Wir müssen ihn umgehen. Alter, ihr Scheiße! Aufgehen! Auf geht's! Er ist bloß den zweiten Stoffer herausgeschaltet. Nerf, negativ. Bleiben Sie hohen, Information. Wir haben uns zu uns kommen. Distanz verkürzen! Ergibt sich! Wir müssen hinter ihm kommen! Wir müssen ihn flankieren! Okay, ich muss zur Bibliothek. Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Endet. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Wo kam das her? Ich muss in die Bibliothek kommen. Ich bin wohl nicht der Einzige, der einen Groll hegt. Und ich hatte mich schon auf eine ruhige Nacht gefreut. Ich weiß nicht genau, was da abgeht. Aber ich habe gehört, dass das Sicherheitspersonal, gestellt von Monarch Solutions, Studenten festhält. Es wurden noch Schüsse gemeldet. Ich bin nur noch Schüsse gemeldet, dass ich nicht in die Runde Liège besitzen. Könnte ein Weg nach oben sein. Komm schon, dafür ist keine Zeit. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Volltreffer. Ehrlift Prime, haben den Kandertab-Maschinen und sind auf dem Weg. Hey! Hände hoch! Was zum Teufel ist hier los? Was zum Teufel ist hier los? Was zum Teufel ist hier los? Hände hoch! Vielen Dank.